Und damit willkommen zurück zu Kane's Rest Reloaded im Live-Let's-Play. Auf zum Outback. Alles klar, Commander. Sie haben jetzt nur noch eine Chance. Im Moment startet ein GDI-Konvoi von einem Silo im Outback. Sie wollen wohl Ihre Aurora-Waffen nach Sydney bringen. Schalten Sie die Eskorte aus und schnappen Sie sich die Gefechtsköpfe. Dürfte leicht sein, die Eskorte von den Transportern zu unterscheiden. Diese Teile sind ziemlich groß. Cool. Er will erstmal das Spiel wieder abschmieren. Die GDI evakuiert mehrere Aurora-Gefächtsköpfe aus einer Basis am Rand der australischen Roten Zone. Wenn wir den Konvoi abfangen, die Eskorte ausschalten und die Gefechtsköpfe stehlen, ist die Bruderschaft von Outback wieder eine Aurora-Macht. Sie müssen mindestens einen Transporter abfangen, aber je mehr, desto besser. Sobald Sie die Gefechtsköpfe gesichert haben, schicken wir Ihnen ein Carry-All mit einem Bergungsteam. Da die Gefechtsköpfe hohexplosiv sind, könnten Sie unter Beschluss explodieren. Seien Sie also vorsichtig. Okay. Panzerdivision. Empfange Nachricht. In den Transportern sind Aurora-Gefächtsköpfe. Zerstören Sie Ihre Eskorten und bergen Sie die Gefechtsköpfe. Yep. Vorwärts. Äh. Geht klar. Neues Onos-Ziel. Einheitlich angegriffen. Ja, ja. Egal. Äh, da, 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 da. Ihr kommt nach, kommt dorthin. Verstecken uns dort. Town-Camp-Sender bereit. Wir wingen sich da allesamt raus. Sehr schön. Geht aber immer noch nicht. Ne, 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 ne. Noch abwarten. Oh, trefft er nicht. Mein Beileid. In Wartestellung. Wir schleichen uns an. Einheit wird angegriffen. Wir müssen näher ran. Fahre in Position. Wir schleichen uns an. Jetzt! Ich hab das schon. Kann ich Ihnen helfen? Wir sind bereit. So, die sind draußen. Sehr schön. Ähren uns. Wollen wir das doch mal zerstören? Machen wir uns an die Arbeit. Und du darfst da rein. Bringen wir es hinter uns. Auf sieben. Feuer. Einheit wird angegriffen. Wir sind unbesiegbar. Ähren uns Ziel. Äh. Die können mir egal sein. Roger. Aufpassen. Wir warten dort. Beleitet zum Ziel. Das haben wir zerstört. Perfekt. Beleitet zum Ziel. Wir warten dort. Wir verstecken uns dort. Äh. Mach das mit dir kaputt. Sofort ausweichen. Sofort ausweichen. Bleiben dran. Ein Reifbuch. Das ist sie aus. Bonus Ziel erreicht. Start langsam. Wir müssen näher ran. Geheimdienstdaten aktualisiert. Geheimdienstdaten aktualisiert. Ja gut. Verstehe warum. GDI-Centrale kommt. Hier meldet sich Toxin-Transporter Seta. Wir erbitten sofort die Unterstützung. Not Rebell haben uns aufgehalten. Wir sitzen in der Falle. Wir sitzen in der Falle. Was für eine Eskorte. Die GDI geht wohl auf Nummer sicher. Aha. Oh Gott. Die können nur um... Die können eklig werden. Aurora-Gefechtskopf für die Sicherheit. Wir haben keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen und müssen uns ergeben. Wir möchten sie lediglich ersuchen, niemanden mehr zu verletzen. Ja, ja. Ja, ja. Ach, war toll hier. Überfallt sie. Holen wir sie uns. Macht ihnen die Hölle heiß. Äh, aua, aua, aua. Wir verstecken uns dort. Wir müssen näher ran. Wolke vor. Schön ruhig. Fahr in Position. Schön ruhig. Unser Stützpunkt wird sie gegriffen. Ah. Mehr Raketen. Das ist ja auch. Okay, näher. Ich verliere zu viel. Ich muss da echt mehr aufpassen. Ja, ist mir egal. Neues Ausziel. Einheit wird angegriffen. Okay. Neues Ausziel. Alles ruhig. Alles klar. Der Stadt wimmelt es nur so von Mutanten. Dafür wurden wir ausgebildet. Bleibt dran. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich kann Ihnen helfen. Was gibt's? Bin gleich dort. Okay. Verstanden. Wir greifen an. Aufpassen. Ganz leise. Ganz leise. Schön ruhig. Komm mal her. Wir müssen näher ran. Wir müssen näher ran. Convai wird angegriffen. Sofort ausweichen. Fahre in Position. Ganz leise. Dafür wurden wir ausgebildet. Ah. Oh Gott. Okay. Vertrauen Sie mir. Irgendwas gesehen? Niemand sieht mich. Überfallt Sie. Wir verstecken uns dort. Raketen klar machen. Schnell. Greift an. Einheit wird angegriffen. Macht Sie fertig. Einheit verloben. Geleitert Sie zu ziehen. Oh. Nein. Ach. Scheiße. Auf dieses Bonus hier. Haben Sie. Ja. Warum? Ach man. Den würde ich auch nicht verlieren. Äh. Okay. Empfange Nachricht. In den Transportern. Ja. In den Transportern. Irgendwas. Neues Bonus Ziel. Neues Bonus Ziel. Scanner in der Nähe. Ganz leise. Wir verstecken uns dort. Geheimdienst. Wir sollten die da oben aber schaffen. Wir müssen näher ran. Wir warten dort. Überfallt Sie. Wollen wir nicht einfach rausgehen? Ich kann Ihnen helfen. Schlagen wir los. Sie sind fast draußen. Nur fast. Erledigt Sie schnell. Bonus Ziel erreicht. Rücke vor. Wir kommen mit. Ganz leise. Niemand sieht mich. Ich sag. Wir waren dort. Alle vier ausgewählt. Einheit wird angegriffen. Wunderstömer. Bringen wir es hinter uns. Wir sind bereit. So. Dann kommt mit. Stört. Angriff. Kann ich ihr vertrauen? Ich stelle mich mal. Ich stelle mich mal. Ich bin Sie los. Aufpassen. Rücke vor. Wir regeln das. Einheit wird angegriffen. Harte Stellung. Fahre in Position. Ganz leise. Rücke vor. Gut. Dann speichern wir mal den Fortschritt jetzt. Das ist einfach die ekligste Patrouille. Das sind drei Parallel-Panzer. Der Stadt wimmelt es nur so von Mutanten. Brücke vor. Ganz leise. Einheit wird angegriffen. Geleitet zum Ziel. So. Gleich kommt das mit der Ansage mit der Blockade. GDI-Zentrale kommen. Hier meldet sich Toxin-Transporter Zeta. Wir erbitten sofortige Unterstützung. Not-Rebellen haben uns aufgehalten. Wir sitzen in der Falle. Wir sitzen in der Falle. Wo ist der? Alter. Wo ist der langgefahren? Scanner in der Nähe. Gebäude besetzt. Ein Gericht. Der Stadt wimmelt es nur so von Mutanten. Oh. Ich habe das falsche Gebäude besetzt. Egal. Staff-Panzer. Tarnkappen sind da bereit. Fahre in Position. Gleitet zum Ziel. Warten wir jetzt mal ein bisschen hier. Sehr schön. GDI-Zentrale kommen. Hier meldet sich Toxin-Transporter Zeta. Wir erbitten sofort zur Unterstützung. Not-Rebellen haben uns auf die Seite. Ich hasse das, wenn sie sich auf einmal anders bewegen. Wir sitzen in der Falle. Was für eine Eskorte. Die GDI geht wohl auf Nummer sicher. Konvoi wird angegriffen. Sofort ausweichen. Ziel erreicht. Jetzt. Schnell, kreift an. Schön ruhig. Geheimdienstdaten amtualisiert. Wir schleichen uns an. Da war schon wieder beinahe. Der Fehler. Ja, was sind die alle jetzt da versammelt? Überfallt sie. Eigentlich sollten die dann sich auseinander bewegen. Gott. Das wird jetzt widerlich. Wir müssen näher ran. Einheit wird angegriffen. Fahr in Position. Einheit verloren. Warum? Nein, das Gebäude. Danke. Kann ich Ihnen helfen? Nur was? Ja, komm. Störung 1. Speichern. Safe. No. Schön ruhig. Überfallt sie. Konvoi wird angegriffen. Sofort ausweichen. Fahr in Position. Gleite zum Ziel. Ganz leise. Wir warten dort. Schön ruhig. Wir schleichen uns an. Die bewegen sich jetzt seltsam weg. Ganz leise. In Klammern. Schön ruhig. Wir verstecken uns dort. Schön ruhig. Ah. Ja, danke. Endlich. Der ist mir jetzt egal. Wir sitzen in der Falle. Was für eine Eskorte. Die GDI geht wohl auf Nummer sicher. Hier GDI Transporter Zeta A. Wir haben keine Möglichkeit mehr uns zu verteidigen und müssen uns ergeben. Oh Gott. Wir möchten sie lediglich ersuchen, niemanden mehr zu verletzen. Wir warten dort. Äh. Aurora Gefechtsköpfe gesichert. Ja, ja. Okay, das ist sehr unverteidhaft. Sehr, sehr unverteidhaft. Schön ruhig. Einheit wird angriffen. Einheit verloren. Gelang dazu. Ah, okay, das war nur ein Panzer. Drücke vor. Macht sie fertig. In der Stadt wimmelt es nur so von Mutanten. In Position. Tankkappen sind da bereit. Schön ruhig. Der muss... denken. Oh. Oh. Kommander, das wird sie jetzt umhauen. Die GDI hat alle Ionenkanonen in der südlichen Hemisphäre aktiviert. Ich dachte, wir überleben die Kämpfe in Australien nicht. Aber sie feuern auf irgendwas im All. Sehen Sie hier. Was soll denn das jetzt? Oh, verdammt. Eins dieser Teile ist genau hier gelandet. Tut mir leid, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen verschwinden. Na los. Äh, wird lustig. Wir Raketen. Eine unbekannte Streitmacht nähert sich ihrer Position. Mach ihn dir leid. Gott. Einheit wird los. Wieder. Warum? Warum? Ah. Ich habe den D-Rex-Click weggeschickt. Was macht der? Der dreht sich um und fährt zum Gegner. Muss ich nicht verstehen. Einheit wird angegriffen. Aber absolut nicht verstehen. Geleitet zum Ziel. Raketen klar machen. Konvoi wird angegriffen. Sofort ausweichen. Überfallt sie. GDI-Zentrale, komm. Hier meldet sich Topsintransporter SETA. Wir erbitten sofortige Unterstützung. Nordrebellen haben uns... Wir sitzen in der Falle. Wir sitzen in der Falle. Was für eine Eskorte. Die GDI geht wohl auf Nummer sicher. Schnell, greift an! Warte, scheiß Hügel. Geleitet zum Ziel. Was wollt ihr bereit? Wir haben ja keine Ahnung. Erledigt sie schnell. Wir warten dort. Schön rum. Ja, okay, da oben. Ihr seid vollkommen in Ordnung. Wir verstecken uns dort. Wir müssen näher ran. Diese Firma! Mehr Raketen! Erledigt sie schnell! Überfallt sie! Einheit Aurora-Transporter erobert. Steht jetzt unter Nordkontrolle. Ja! Ist okay. Aurora-Gefechtskampf gesichert. Bringen sie sich... Gott. Neue Bauoption. Bringen wir es hinter uns. Gerne in der Nähe. Macht sie fertig! Jetzt! Ich schaff das. Wir GDI-Transporter Zeta A. Wir haben keine Möglichkeit mehr, uns zu verteidigen und müssen uns ergeben. Wir möchten sie lediglich ersuchen, niemanden mehr zu verletzen. Ausbildung. Sollte passen. Keine Ahnung. Schön ruhig. Wir warten doch. Was finden auch die... Wo ist denn der andere? Ach, den habe ich schon zerstört gehabt. Stimmt. So, speichern. Ja, ob ich will oder nicht. Erst der Countdown kommt. Erst dann, wenn die hier weg sind. Eine unbekannte Streitmacht nähert sich ihrer Position. Einheit wird angegriffen. Lassen Sie aus. Aufpassen. Der Raketen. Die Invasoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. Gehen wir auf die Erd. Aufpassen. Oh Gott, ich hätte vergessen. Puh, schweinkt ab. In der Stadt wimmelt es nur so von Mutanten. Gegrissen. Keuer. Mehr Raketen. Gott, sind nicht viele hier. Wartet. Die wollen offenbar die Aliens angreifen. Schnappen wir uns die Raketen und dann weg hier. Vorsicht. Nicht, dass so ein Ding hoch geht. Wieso? Was soll schon passen? Einsatzzieher. Oh. Hm. Bringen wir es hinter uns. Empfangen. Lachen leise. Carry all sind unterwegs. Ja, ach Gott. Carry all sind unterwegs. Wir müssen so und so viel wie du jetzt aushalten. Löschen Sie aus. Wo fährst du hin? Wir warten doch. Radiert Sie aus. Zu nervig. Alles gut. Na klar. Mehr Raketen. Macht Ihnen die Hölle heiß. Schnell, greift an. Jetzt. Löschen Sie aus. Wie gefällt euch das? Radiert Sie schnell. Greift doch nicht die scheiß Luft-Einheiten die ganze Zeit an. Die sind doch voll. Die machen doch nichts. Auf Sie. Feuer. Nee, Alter. Das ist schlimm. Die ganze Zeit die Luft-Einheiten anzugreifen, statt die anzugreifen, die einen angreifen. Meine Fresser. Ich habe die Sender bereit. Okay, kommt einfach zurück. Wir verstecken uns dort. Eine unbekannte Streitmacht nähert sich ihrer Position. Stampf-Panzer-Einsatz-Alleiter. Die Invasoren sind genau über Ihnen, Commander. Schnappen Sie die Aurora-Waffen und ab geht's. Gehen wir auf die Jagd. Ich habe was für Sie. Wo sind die Feinde? Holen wir sie uns. Ihr GDI-Patrouille Epsilon melden uns. Moment. Was zum Telefon? Zentrale bitte kommen. Wir haben Alien-Kontakt. Ich wiederhole. Wir haben Alien-Kontakt erbitten. Verlucht. Ja, schaffen die es noch, dass sie das zerstören oder nicht? Ja, Luft-Patrouille. Toll. Die kommt wie gerufen. Unser Stützpunkt wird angenommen. Wartet. Die wollen offenbar die Aliens angreifen. Schnappen wir uns die Raketen und dann weg hier. In der Stadt wimmelt es nur so von Mutanten. Ein Problem. Bringen wir es hinter uns. Kein Problem, Kleins. Skapien. Weiter lege sie schnell. Das macht irgendwie keinen Unterschied, ob ich welche Ausbilder nicht, weil die keinen Schaden machen. Das ist unglaublich. Aufpassen. Da sind sie schon wieder. Mehr Raketen. Staff-Manser. Ah, cool. Die helfen mir dezent. Danke. Verdammt, sie haben uns. Transporter, seht als sie kapituliert. Aber vermeiden sie weitere Opfer. Ganz langsam. Empfange Nachricht. Carry-All sind unterwegs. Halten sie durch, bis sie eintreffen. Verteidigen sie die Aurora-Transporter um jeden Preis. Ja, ich versuche es. Aber kann nichts versprechen. Das ist so eine Mission. Ja, ich mag sie einfach nicht. Bringen wir es hinter uns. Erledigt sie schnell. Warum nur? Hm, verstehe ich gar nicht. Löschen sie aus. In Position. Mehr Raketen. Wie lautet der Plan? In die Hölle heißen. Unterstützt. Für uns wird angegriffen. Scanner-Animä. Einheit verloren. Mehr Raketen. Einheit wird angegriffen. Macht sie fertig. Auf sieh. Schnell, greift an. Auf sieh. Schnell, greift an. Schnell, greift an. Schnell, greift an. Bringen wir es hinter uns. Erledigt sie schnell. Repariert den. Hallo, Bruneinheit angreifen. Bringen wir es hinter uns. Ich luchte deine Heiden. Die machen nichts. Auf sieh. Greift die verdammten Bohneneinheit an. Kümmert euch nicht um die Gefahr. Es ist so unverständlich. Warum? Einfach Stellung halten jetzt. Wir weichen nicht zurück. Löschen sie aus. Wir Raketen. Erledigt sie schnell. Diese Firma. Patrouille bereit. Verstanden. Na klar. Wir haben sie. Bringen wir es hinter uns. So. Wird vielleicht jetzt hoffentlich gut gehen. Sie können nirgendwo hin. Dafür wurden wir ausgebildet. Ich wünsche mal, könnte ich Ihnen irgendwie sagen, greift keine Luchteinheiten an. Warum hast du dich schon wieder bewegt? Ja. Es ist einfach nur nervig, diese Mission. Einheit wird angegriffen. Wir wöschen sie aus. Auf sieh. Erledigt sie schnell. Ja, ja. Vorsicht, nicht dass so ein Ding hoch geht. Ja, ich will jetzt das... Was soll schon passen? Ja, mach bumm. Das war ein dämliches Bum. Ein sehr, sehr dämliches Bum. Kein Problem für ein Skopje. Nach der Leere Leere schmecken. Das ist von uns das angegriffen. Wir haben sie. Was gibt's? Hier kommt mal weiter zurück. Kein Problem für ein Skopje. Einfach Stellung halten. Wir weichen nicht zurück. Ach so. Das war jetzt unnötig. Nicht die Luft einhalten, bitte. Boden einhalten. Auf sieh. Wenn die Feuerhochse mal mehr machen würden, als nur... Ach, komm, ich bin da. Ich mach aber nichts. Schnell, greift an. Löscht sie aus. Macht sie fertig. Macht ihnen die Hölle heiß. Schnell, greift an. Rücke vor. Macht sie fertig. Auf sieh. Macht sie fertig. Auf sieh. Erstmal, die müssen weg. Macht sie fertig. Auf sieh. Feuer. Auf sieh. Schnell, greift an. Macht sie fertig. Schnell, greift an. Macht sie fertig. Ich muss ganz halt manuell feuern, das ist sonst... Ja gut, fahr mal weg. Nicht gut. Ach, eine riesengroße Explosion, das ist... Komm mal mit. Erledigt sie. Mehr Raketen. Löschen sie aus. Mehr Raketen. Sie können nirgendwo hin. Verstanden. Einheit gestellt. Bringen wir es hinter uns. Wir verstecken die Sturz. Wir haben sie. Vorsicht, nicht dass so ein Ding hochgeht. Ja, es ist zur Absicht, dass es jetzt hochgeht. Was soll schon passen? Einheit verlobt. Es gibt keine Bonus-Errungenschaften oder sonstiges dafür, dass man alle überleben lässt. Von daher ist es jetzt folgt in Ordnung, dass es so passiert ist, wie es jetzt passiert ist. Wir sind unbesiegbar. Irgendwas gesehen? Diese Firma. Mehr Raketen. Überfallen sie. Macht sie fertig. Auf sie. Nicht die Luft anhalten. Meine Fresse. Schnell greift an. Macht sie fertig. Wir warten dort. Feuer. Macht sie fertig. Schnell greift an. Jetzt. Auf sie. Na, folgt die Fertikurs hat umgekehrt echt gut gegen die, äh, der Sinkretterdruck. Hier geht es Grin Wohneinheiten, Luft, äh, Infanterie. So, jetzt habe ich es. Wir sind angegriffen. Macht ihn der Fertikurs hinter uns. Löschen sie aus. Jetzt. Wenn sich die Carryalls nicht beeint, sind wir erledigt. Ja. Denke ich mir auch die ganze Zeit. Auf sie. Einheit besser. So, zieht sie zurück. Genau, zieht sie zurück. Feuer. Einheit wird angegriffen. Auf sie. Schnell greift an. Macht sie fertig. In die Hölle. Er ist ganz langsam. Keine Position. Niemand sieht sie dir. Mehr Raketen. Oh, der. Auf sie. Brücke vor. Macht sie fertig. Jetzt. Erledigt sie schnell. Mehr Raketen. Not carry all XR-17. Bereit für Evakuierung. Ja, dann macht jetzt Danke. Mission erfolgreich. Boah. Einfach mal nicht, weil sie so wenig Einfluss auf irgendwas hat. Das ist so nervig. Kinder von Norden. Ich bin hier, um euch über die unerwartete Wende im Krieg gegen die GDI zu informieren. Vor weniger als einer Stunde feuerten GDI Ionkanonen auf sechs nicht identifizierte Flugobjekte. Diese wurden offenbar durch den Angriff nicht beschädigt. Im Gegenteil. Sie spalteten sich in viele kleine Objekte auf und landen überall auf der Welt. Uns liegen erste Berichte vor, dass an Bord dieser Flugobjekte feindselige außerirdische Wesen sind. Diese überrennen inzwischen sowohl blaue als auch gelbe Zonen und greifen sowohl GDI als auch Nordstellungen an. Nur leider haben wir keinerlei Daten über diesen neuen Feind. Aber eines ist sicher. Wir sollten jetzt erst einmal die GDI vergessen und uns gegen diesen neuen Feind verteidigen. Oh Gott. Ah, ich bin froh, dass die Mission vorbei ist. Aber leider damit auch die Folge. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da und wir hören uns bei der Standmau von Sydney wieder. Bis dahin. Cheerio. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Nicht wahr. Untertitelung des ZDF, 2020